Salam! Mein Name ist Jamin. Wir sind gerade hier an der Hauptschule. Hier habe ich viele schöne Jahre verbracht. Ich bin auch froh endlich mal wieder hier zu seinem kleinen Besuch abgestattet. Das ist der erste Blog. Jede Woche folgt ein weiterer Blog, wo wir intensiv auf jedes Thema eingehen. Wir erzählen ein bisschen so wie ich meine Zeit nach der Haft verbringe. Dann erzählen wir natürlich über mein Album Inhaftiert, was da so abgeht, welche Features drauf sind, welche Videos geplant sind. Es sind noch viele Sachen geplant. Das im Vorfeld gerade, das waren so ein paar Kleinigkeiten für euch und ich merke schon, das kommt gut an. Ich freue mich über jeden, der halt mich supportet. Danke an alle, danke, die mich in dieser schönen Zeit unterstützt haben. Endlich zum Glück ist diese Zeit vorbei. Ich bin frei, ein freier Mann. Und ja, was soll ich euch erzählen? Inhaftiert, ihr wisst Bescheid. Wir machen groß. Alles klar. Salam, Patsalam. Jetzt kommt ein kleines Video-Intro, was meine Verhaftung widerspiegelt. Danke an den Typen, die das Video gemacht haben. Eine super Zeichnung ist das. Spielt nicht den Helden, meine Freunde. Wir sind echt. Wir sind real. Ihr wisst Bescheid. Jermaine Inhaftiert. Wir sind echt. Ich komme aus einem Problembezirk, wie 1000 Jugendliche auch. Und hatte ein schweres Leben. Bei uns Russen sagt man, bei uns Russen sagt man, nicht wir sind so. Das Leben hat uns so gemacht. Genauso ist es auch passiert, dass halt auch mein Leben mich dazu geführt hat, dass ich halt in diese kriminelle Schiene gekommen bin. dann gibt es nicht noch, da fast wenn ich diese Glück dabei die die in die ich Bis zum nächsten Mal.